Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11769 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Trotz der großen Herausforderungen ist Peter zuversichtlich, die Prüfung zu bestehen. Trotz der großen Herausforderungen ist Peter zuversichtlich, die Prüfung zu bestehen. Im Yoga lernen wir, wie wichtig es ist, flexibel in Körper und Geist zu sein. Im Yoga lernen wir, wie wichtig es ist, flexibel in Körper und Geist zu sein. Im Yoga lernen wir, wie wichtig es ist, flexibel in Körper und Geist zu sein. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir es noch besser machen können. Mit dem Motorroller komme ich viel schneller durch die Stadt als mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher Entspannung steht an erster Stelle Der Anfang einer Freundschaft ist wie die Knospe einer Blume Der Anfang einer Freundschaft ist wie die Knospe einer Blume Der Anfang einer Freundschaft ist wie die Knospe einer Blume Lasst uns zusammen einen Blick auf das endgültige Design werfen Sind alle damit einverstanden? Lasst uns zusammen einen Blick auf das endgültige Design werfen Sind alle damit einverstanden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.